Moin meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days. So, und jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen, was haben wir so alles? Ja, das nehmen wir erstmal so mit. Ich würde gerne mal eben ganz kurz gucken. Kann ich irgendwie Taschenmod? Also Leder, Klebewand, Stofffetz, Nähset. Habe ich sowas da? Ja. Nähset habe ich natürlich immer nicht mitgenommen, Leder auch nicht. Das heißt, ich muss heute mal ein bisschen Leder, damit wir auch mal ein bisschen mehr tragen können. So. Den packen wir schon mal da rein. Wie sieht es überhaupt aus? Habe ich hier noch Essen drin? Ne, ne, habe ich jetzt alles bei mir. Ich könnte die nochmal mitnehmen. Vielleicht finde ich irgendwo Wasser. Das wäre toll. Wasser wäre toll. Gut. Kann schon mal auf die Map gucken. Bin ich am Wasser vorbeigelaufen? Nope. Alter. Mist. Irgendwie muss ich mich mit dem anlegen. Aber das ist jetzt... Ja, nee, ist klar. Schade. Ja, ja, ja. Bleib mal so, wie du bist. Wir machen das mal ganz feige von oben jetzt. Ich darf doch nicht sterben. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Nee, ist klar, ne? Ey. Sag mal, stirb doch endlich. Ätzender Scheiß. So, jetzt haben wir wieder schon mal Leder. Jetzt brauchen wir nur noch das nächste Set. So. Ja, ist gut. Entspann dich. Ich habe noch nichts mehr gedrückt. So, dann gehen wir einmal zum... Zum Sammelpunkt. Gut. Okay. Oh, dann nehme ich dich mit für die XP, ne? Okay. Ich bin durstig. Und hungrig auch noch. So. Dann klatschen wir halt einmal das Essen hier schon hier unten rein. Dann haben wir hier... Speerjäger Band 7. Tödliche Kombo. Schnell aufeinander folgende Treffer mit Speeren verursachen. Boah. Nimm wir einmal mit, ne? Also einmal benutzen wir das. Einmal nimm es mit zum Verkaufen. Nies jetzt. Siehste. Und jetzt bin ich ja schon gleich voll. Aber ist egal. So, wir essen nochmal was. Und dann, ähm... Gehen wir mal rin. Säubere Gebiet. Drinnen bleiben. Die Frage ist, wo kommen wir am besten rein. Ich will hier irgendwo einen rumlatschen. Aber okay, gut. Nope. Kochtopf ist auch gut. Ist hier nochmal drin. Nies jetzt. Siehste. Hier räumen wir mal aus. Kaffee. Da ist doch was hinter. Da muss ich gleich nochmal ran. Da ist noch was drin. Blaubärchen. Blaubärchen. So. Oh. Geht denn das nochmal? Äh, wir haben ja die hier noch. So. Nope. Hä? Steht der auf? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Können wir den mitnehmen? So für Nitrat und so? Das ist gut. Oh ja, hier ein bisschen Leder. Haben wir ja gesagt, brauchen wir. Okay. Ist hier was unter? Sieht nicht so aus. Einfach nur kaputt. So. So, die Kleider nehme ich auch mal mit, weil da ist Farbe drin. Ich bin ja so ein Freund von, äh, Farbe in der Geschichte drin. Oh. Hallöchen. Nope. Ja, natürlich. Böse Treppe, die brauchen natürlich auch was. Drinnen bleiben, säubere das Gebiet. Waschbecken, können wir nochmal gucken. Böse Treppe, ich hab mal gehört, das brauche ich zum, ja, wo gehen wir jetzt zuerst rein, da? Die sind da drin, ne? War klar. War klar. War klar. War klar. War klar. War kind. Da macht er den Krabbler. Okay, das war's schon. Das war's schon? Das ist... Das ist schon der Haupt-Loot, oder was? Ja, sieht so aus. So, Klamottenzell. Unberührte Holzkiste. Was haben wir denn hier? Bären können grausam sein und sind besonders schwer zu töten. Verursacht 10% mehr Schaden bei Bären. Benutzen wir... Oh, guck mal hier, den tauschen wir doch gleich mal aus. Da kommen wir einfach mal alles mit. Und... Moment. Jetzt müssen wir einmal... Wo ist er? Da. Verändern. Die nehmen wir raus. Und hier verändern und da räumen. So. Irgendwo brennt hier was. Wie schön ist... Oha! Schlagmann! Und... Gebänderte Panzerplatten-Mod. Rüstungswert plus 2. Oha, okay. Einen benutzen wir. Nehmen wir mit. Und dann geht's auch erstmal wieder raus. Aus... Ach, sagen wir mal, es ist schon wieder so dunkel. So, jetzt 11. Oh, mein Knie. Äh... Schürfwunde... 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 Ist das hier nicht? Schürfwunde. Oh, scheiße. Ich hab... Vergiftet bin ich auch noch. Shit! Das heißt, ich brauch entweder Honig. Oder gleich Antibiotika. Gucken wir mal beim Händler. So, jetzt sind wir hier. Ich bring mal schon mal was weg, weil ich mich gerade bewege, wie so ein... Pfosten. Also, bringen wir schon mal weg, was wir eh behalten wollen. Ähm... Nähset, ganz wichtig. Leder, ganz wichtig. Natürlich Kaffee. Kleber behalten wir. Oh, den Kochtopf brauchen wir. Ähm... Die ganzen Klamotten wegen der Farbe, die will ich haben. Papier brauchen wir, glaube ich, später auch. Die Mod behalten wir. Das ziehen wir mal eben hier rein. Ja, Blei. Hätten wir irgendwie auch alles brauchen, ne? Das ist es ja. Munition behalten wir. Die können wir essen nebenbei. Bringt zwar nicht viel, aber... Das zerlegen wir... Das Fleisch können wir auch erstmal rein. Federn auch. Nitrat fangen wir auch mal langsam an. Also, ich habe nicht viel zum Verkaufen. Aber ein bisschen was. Gut. Schnell rüber, in der Hoffnung, dass sie was hat. Für uns. Weil ich auch noch eine Infektion habe. Weil ich zu blöde für den Fetten war. Jetzt. Ach, ich will immer da rein, ne? Obwohl sie ja hier in ihrem kleinen Trailer ist. So, Molotow-Cocktail oder Holzsplitter-Mod. Ich glaube, ich nehme die Molotow-Cocktails mit. Für den ersten Blutmund. Gut. Siehste. Oha. Tag drei. Ich muss auch so langsam... Da was bauen. So. Ihr habt noch mehr Aufgaben. So, in der Nähe. 317, 318 abholen. Hauskopf-Cocktail. Ja, Employee of the Month. Hier, guck mal. Den... Warum will sie den immer nicht? Will sie auch nicht. Das Böse... Das Böse... Oh Gott, das Eisen wollte ich gerade verkaufen. Sie auch nicht. Will sie auch nicht. Das will sie aber... Auch nicht. Ja, ich verkaufe die Mollis, die ich hier gerade wieder abgekauft habe. Das wär's doch. Okay. So, hast du irgendwie medizintechnisch verbannt, Vitamine, Schmerzmittel, Erste Hilfe? Oha, ätzend. Scheiße. Nicht, gar nicht sterben. Roter Tee hat sie. Das ist ein Thema. Scheiße. Ey, die hat echt nix, ne? Großvaters Vergiss-Elixier. Setzt Fertigkeiten für Rücken. Ne, sowas wollen wir nicht. Nadel und Fertigkeiten für Rücken, Wintervolle, Flanellhemden, Kapuzenschür, nö, brauchen wir nicht. Sperrjäger, den wollte ich ja eigentlich haben, ne? Aber mittlerweile habe ich ihn, ja. Hauptplan Robotik Drohne. Nimm mir das Maschinengewehr mit? Ich glaube nicht, wir brauchen das noch nicht, denn sparen wir, glaube ich, noch. Die hat echt nix für uns hier, nix. Scheiße. Nun, das war ein guter Deal. Hm. Vertraue mich. Hm, ich weiß ja nicht. So, irgendwo war hier Medizin. Da hinten, glaube ich. Dann müssen wir jetzt mal so looten, ohne Aufgabe. Oh, jetzt war es vier. Ich suche Regal unberührt. Das hilft mir nix. Okay. Headshot. Maschine. Echt? Oh, nicht. Eisenpfeil. Gut. Ich geh mal eben ganz kurz raus. Dann nutzen wir einmal den Honig. Oh Gott. Infektion heilen bis 5%. So, herrlich. Eigentlich ist das alles, aber wenn wir schon mal drinnen sind, wollen wir den mal looten? Ja, ne? Wollen wir. Kuckuck. Ja. So gedacht, ne? Komm hier nicht so, mein Büschchen. Überhaupt kein Bock drauf. Das sind nur Papers hier. Dass hier keiner ist. Verstehe ich nicht. Kommt bestimmt. Okay. Nehmen wir ein bisschen was mit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich muss dieser Gegenstand repariert werden. Ist keiner? Stehe ich im Leben nicht. Hier sind überall so ne geilen Kisten. Und die wollen wir als sehen, hier ist kein Zombie oder was? Okay, da ist noch eine. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Honig. Dann sind wir, falls... Also einmal haben wir ja noch. Wir haben ja noch ein bisschen was mit. Wie nur Steroide hier. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich bis zur Mitte. Zum Mittel. Zum Mittel, zum Tittel, zum Deck, zack, zack. Tür entriegelt. Das ist... Food, das nehmen wir natürlich auch mit. Was ist da denn? Ne Hopfenblüme. Okay. Wer Bier brauen möchte, warum nicht? Ich durchsuche das jetzt einfach mal alles hier. Es sind so viele tausend Regale und nicht eins kann man irgendwie wirklich verwenden hier. Oder was? Das kann doch nicht angehen. Ich habe das Gefühl, ich muss doch gleich nochmal in dieses komische Loch da unten. Da. Da ist noch was. Ah, wie wäre er, bis der Arzt kommt hier irgendwie, ne? Guck, guck. Wo der eine, oder? Oh je, komm zu Papa. Komm zu Papa. Okay. Weiß ich, wenn hier einer hinter ist, kann man ja mal klopfen. Dann machen die bestimmt auf. Hm. Der scheint woanders zu sein. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich frage mich immer noch, wo der andere ist. Oh. Shit. Äh. Na komm. Kopfschmerzen, wa? Kollege. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu essen. Wie ist denn das mit hier? Oh. Tippe ich fass, dass die Tür einfacher ist. Ich muss aufpassen, dass die Jungs nicht von hinten kommen, ne? Irgendwo läuft hier einer rum. Oh shit. Es ist echt viel hier. Ich glaube, ihr sollt auch langsam mal nach Hause. Okay. Ja, von der Zeit her. Ich chill mal nach Hause. Ich hab ja eigentlich das, was ich wollte. Ich hab keine... Wow. Ich muss eigentlich nach Hause. Da. Ich hab keine Dings mehr. Ich bin nicht mehr vergiftet, ne? Irgendwann müssen wir natürlich noch sortieren, ne? Das kommt ja auch noch dazu. So. Essen wir gleich mal was. Guck mal, wir haben hier Vitamine, Steroide. Was machen die fort? Schadensminderung. Aber auch weniger Wasser. Okay. Dann zerlegen wir den, ne? Den wollte sie ja nicht haben. Die gute Frau wollte das nicht haben. Zerlegen. So. Achso, warte mal. Wie war das eigentlich? Erster Klick. Bewegt Gegenstände, um existierende Behälterstapel aufzufüllen. Okay. Okay. Hopfenblume. Das nehmen wir da rein. Das, das, das. All das, was ich nicht haben will, ne? Hey. Das war so blöde. Aber egal. Ähm. Ey, was ist denn los mit mir? Ich bin heute übermüdet. Irgendwie, das ist nicht gut. So. Das da rein. Das auch, das auch. So. Die auch erstmal. So. Habe ich jetzt noch irgendwo. Da. Könnte ich mir wie sie schon mal Wasser kochen. 20 da rein. Kochtes Wasser. So. So. Und dann. Würde ich gerne. Traitor Joel's is now closed. Also. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nope! No toys. Blöde Kuh. Wegen dir ist ein Pfeil weg. Ich gebe dir die Schuld. So. Wie sieht's aus? Kann ich dich wieder ausmachen? Nein. In drei Sekunden. So. Eine Tür wollten wir noch, ne? Tür jetzt, ne? Gesicherte Holztür. Eisentür. Wir machen erst mal die Holztür. Danke erstmal. Hier ist besser. Hier ist besser, sagt er. Kann ich die nochmal aufnehmen? Ne. Öffnen. Schließen. In die andere Richtung wäre geiler. Naja. Es funktioniert. Gut. Ich hab immer noch nicht geskillt, Alter. Das ist... Machen wir mal eben. Ich bin nass. Und mein Schlafsack auch. So. Skill. 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 Sexueller Tyrannosaurus 2. Bei Stärke Level 5. Na. Ich würde gerne auch nochmal ein bisschen was anderes machen. Ich würde, glaube ich, einmal den Packesel mitnehmen. Einmal. Und ich würde auch gerne den Parcourskill einmal mitnehmen. Am besten ist natürlich, wenn wir den irgendwann hier, da hinkriegen. Dann können wir besser springen. So. Dann haben wir jetzt erstmal geskillt. So. Dann haben wir noch einen neuen Stück. Machen wir nochmal lächelig nach, ne? Kann ich jetzt noch... Machen wir mal... Ich sag mal 30. So. Und das Schöne ist, wir... Shapen die. Und zwar... Platte. Das wäre toll. Das ist es, das wäre toll. Aber es ist immer noch ein bisschen wegräbt. Das wäre toll. Musik So, ein neuer Tag beginnt. Das heißt, die heutige Folge ist vorbei. Wir hatten ein bisschen Spaß hoffentlich. Wir haben uns ein bisschen eingedeckt mit Medizin. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns morgen wieder, wenn es dann weitergeht, dann machen wir dann die Mission da vorne. Und guck mal, vielleicht gehen wir mal bei Shotgun Messiah rein. Da kriegen wir bestimmt ein bisschen Munition vielleicht auch eine geile Knarre oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, vielen Dank und bis dennel. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.